Hallo und herzlich willkommen bei Nacosato 7.4. Ich bin ja Amnesia. Tja, es ist sehr lang her, dass ich das wieder mal gespielt habe. Und ich habe eine neue Brille. Ich hoffe, das spiegelt nicht so sehr. Wenn es euch stört, dann könnt ihr es ja einfach mal schreiben. Ja. Ich könnte sagen, wieso ich das schon lange nicht mehr gespielt habe. Und das ist... Ich habe Angst. Kann ich nach unten schauen, wenn ich runtergehe? Schön. Ah, fängt ja schon mal gut an. Und wir sind im Wasser. Aktionen. Sound ist zu laut. Huh. Ich, da wer? Da lauft wer. Schleicht. Ich habe es nicht richtig gesehen. Da ist er. Er sieht mich nicht. Wir folgen mal, wohin er geht. Huch. Da geht es ja nirgendwo hin. Komisch. Hä? Naja. Vielleicht habe ich falsch gesehen und es geht hier lang. Gefunden. Meins. Tja, ich sollte auch ein bisschen immer mehr auf die Kamera achten, aber... In einem Horrorspiel geht es immer schwer. Hier geht es ja nirgendwo hin. Was? Das Roh scheint locker zu sein. Kann ich drauf springen? Wenn ich in echt wäre, hätte ich ein bisschen nach oben gezogen. Cool. Und für was brauche ich das? Ein kurzes Rohr. Ah, außerdem, wenn ihr das fragt mit dem Holzkörbgrubbel... Ich habe da was gemacht, wo man... Äh... In einem Level. Ich glaube, das war ein Maschinenraum irgendwo da hinten. Wo die Tür immer hoch und runter ging, wo ich das kurbeln musste. Und ich habe da Kisten drunter gemacht. Und deswegen... Habe ich die Kurbel nicht gebraucht, weil die Tür schon offen war. Und ich habe da... Das sieht... Das hört sich schon mal gut an, meine ich. Hier kann ich nicht lang, also gehe ich dann mal nach links. Hallo? Wieso gibt es hier ein Loch? Hey, warte mal. Mario! Blick, 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 blick. Hier geht es nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Hier. Da habe ich leichter gesehen. Dass es kaputt ist. Ich habe kurz geschaut, wo man nochmal schnell rennt. Da ist hier das sparsäglich, Leute. Und ich glaube, ich bin beinahe am Ende. Hier geht es nicht weiter. Okay. Klopf, klopf. Ah, schon wieder ein Rätsel. Ich sehe hier. Groß. Mittel und klein. Klein, keine Ahnung. Nicht viel Öllampe habe ich. So wenig. Da steht noch eine 1, 2, gibt es hier eine 3. Es gab nirgendwo einen Hinweis. Ich habe eine Memo. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine. Das heißt, ich muss es zum... Es muss leise werden, oder wie? Dann mache ich dich mal zum Großen. Was ist das? Nichts. Ja, geh jetzt. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Jetzt hat es aufgehört. Es wird wieder lauter. Jetzt hat es komplett aufgehört. Okay, dann gehe ich mal wieder raus. Mami! Mami! Da, geh weg, bitte. Ich bin nicht hier. Hier, ein Pilztrip. N.S.D. Hui! Ich versuche mich gerade selbst aufzumachen. Klappt irgendwie ein bisschen nicht. Wann geht es weg? Okay, Musik ist weg und ich höre ihn nicht mehr. Wohin bin ich gekommen? Nach vorn und dann links. Wieso kann ich nicht mehr schnell rein? Falsche Taste. Nicht Idiot. Kann es sein, dass ich jetzt dort vorne weitergehen kann? Nee. Kann ich vielleicht den Rohdach dazwischen hängen, damit es aufhört? Da ist wieder eine Mario-Höhle. Rohr, meine ich. Und da kommt Mario wieder raus, wenn er da reinkommt. Ich habe irgendwie eine schlimme Vorahnung. Mein Instinkt sagt es halt. Da sind Ratten. Oder Mäuse. Hä, was war? Hinter mir ist niemand. Sicher? Ja. Daniel, drehe dich sofort um und trägst du den Schatten bei dir. Niemand ist hinter mir. Nicht rauf, rückwärts? Ah, da ist einer von den Dingern. Von dem früher. Die Monster. Kann man die drehen? Weg damit. Was liegt denn da? Verschwinde! Hier geht es nicht weiter. Hey, was mache ich, wenn es da nicht weitergeht? Scheiße! Scheiße! Pause! Warte, da ist keine Pause. Das Spiel geht noch weiter. Ich habe Angst. Friss meine Faust! Geh, vorsichtig. Der sagt schon, er ist jetzt. Fick dich. Das macht's euch noch da. Ja, klar! Der ist vor der Tür und wartet auf mich. Wie soll ich da vorsichtig gehen? Hier, ich bin nicht eingesperrt. Geh, vorsichtig! Das Spiel verarscht mich. Vielleicht kann ich hier davon abreißen und als Schutzschild benutzen. Nee. Kopf drin, Hände zittern, einige Schnellwurten und so. Ich nehme mal einmal dich. Alles gut. Scheiß Kopf. Glas. Kann ich ihn schlagen mit dem Hammer? Ich bin hier eingesperrt! Ich habe diesmal eine Hand. Ich habe einen Arm. Da ist er. Ich versuche es nochmal. Aber diesmal renne ich an ihm herum. 3, 2, 1, los! Yippie, yeah! Mami, Mami, Mami Kann er hier durch? Mann, ist der langsam Ich weiß nicht, wo lang ich gehen muss Wow, ich sollte ihn nicht so lang anschauen Beruhig dich, Daniel Er kann hier nicht kommen Hey, wo lang muss ich hin? Wo kam der Monster überhaupt her? Wie kann ich nochmal zoomen? Klasse Mein Charakter spinnt gerade rum Da, vorne Darf ich mal durch? Danke Er ist langsam, er ist langsam Merkt ihr das? Er ist langsam What? Ich weiß nicht, wo lang 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 Mami Wenn schneller war lustig ja ja ein lustig einige stunden und blauflecken ich versuche das alles wieder nochmal aber wieso wäre so schnell zweiter anlauf dritter meine ich diesmal gehe ich hier lang scheiße hey wo ist das monster meine leiche wo ist das ich hab hier nicht so gemacht ich hab hier zu nicht ich hab hier nicht gesungen Es gibt mir einen Ausdruck, solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Ja, und mein Bildschirm hängt wieder keiner.